Ich hatte 14 Punkte in meinem Mathe-Abi und ich habe mir die drei Tipps rausgesucht, die mir persönlich am meisten weitergeholfen haben dabei und die dir genauso gut weiterhelfen werden. Tipp Nummer 1. Schreib dir zu jedem Thema, das in deinem Mathe-Abi drankommt, Lernzettel. Wenn du jetzt die Aufgabe bekommen würdest, dass du eine Reise planen sollst, dann würdest du hingehen, würdest Flüge raussuchen, würdest Hotels raussuchen, würdest alles irgendwo abspeichern und dann miteinander vergleichen. Du würdest dann nie auf die Idee kommen, dass du alles einmal raussuchst, dann alles wieder löscht und irgendwie aus deinem Kopf heraus das Ganze versuchst wieder hinzukriegen. Genau das gleiche bei Lernzetteln. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dich einfach an die Aufgaben dransetzt und dann mit deinen Zetteln aus dem Unterricht dir irgendwie immer das Vorgehen zusammensuchst. Dann rechne es am nächsten Tag, oh, dann musst du dir wieder das Vorgehen zusammensuchen aus deinen Unterlagen. Das kostet super viel Zeit und es bringt deinem Gehirn auch nichts. Setz dich einmal dahin, nimm die Zettel aus dem Unterricht, such die wichtigen Infos und wichtigen Verfahren heraus, schreib sie gebündelt auf einen Zettel, schön ordentlich und übersichtlich, dann kannst du und vor allem dein Gehirn damit perfekt lernen. Wenn du dann die Lernzettel schreibst, beachte auf jeden Fall diese zwei Punkte. Nummer eins, deine Lernzettel, die darf es nirgendwo da draußen nochmal genauso geben. Die müssen perfekt an dich als Lerntyp angepasst sein. Das heißt, lad dir nicht einfach aus dem Internet irgendwelche Lernzettel runter. Oder mach bitte auch nicht folgendes, such dir nicht aus deinem Buch oder aus deinen Unterlagen einfach Definitionen und Verfahren raus und kopiere die eins zu eins so auf deinen Lernzettel. Dann steht da nämlich nicht das, mit dem du am besten lernen kannst, sondern einfach nur das, was irgendwelche Leute da hingeschrieben haben als Definition. Aber das heißt nicht, dass du es damit verstanden hast. Wenn du die Aufgabe hast, das in eigenen Worten aufzuschreiben, dann musst du dir über den Inhalt Gedanken machen und du kannst das erst dann in eigenen Worten aufschreiben, wenn du es wirklich verstanden hast. Das heißt, beim Schreiben der Lernzettel lernst und verstehst du auch direkt die Inhalte. Nummer zwei, versuch immer Schritt-für-Schritt-Anleitungen irgendwie unterzubringen. In Mathe geht das richtig gut, weil alles, was du rechnest, folgt immer einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und genau die Anleitung musst du wieder versuchen, in eigenen Worten auf deinen Lernzettel runterzuschreiben. Dann kannst du nämlich, wenn es ans Üben geht, dir deine Schritt-für-Schritt-Anleitung neben dich legen und am Anfang einfach immer drauf gucken und mit dieser Anleitung das Ganze durchrechnen. Automatisch überträgt sich das Ganze, ohne dass du es aktiv lernen musst, in dein Gehirn. Und irgendwann brauchst du diese Anleitung nicht mehr. Die ist in deinem Gehirn eingebrannt und du kannst die nachher auch in der Abi-Klausur ganz einfach abrufen. Super Effekt auch beim Schreiben der Lernzettel. Du kriegst ein Gefühl dafür, wie viel du schon kannst und wie viel du noch aufholen musst. Tipp Nummer zwei, übe so viel es geht. Da gilt, je mehr, desto besser. Du musst dir das so vorstellen. Zu den unterschiedlichen Themen, da gibt es jeweils, sagen wir mal, fünf Arten, wie die in Textaufgaben vorkommen können. Wenn du jetzt mal übertrieben gesagt 100 Aufgaben zu irgendeinem Thema gerechnet hast, dann ist jede Möglichkeit, wie so eine Aufgabe drankommen kann, dir schon mal begegnet. Und am Ende kann dich in der Klausur nichts mehr schocken, weil du hast alles schon mal in irgendeiner Art und Weise durchgerechnet und weißt zu jedem Zeitpunkt genau, was du machen musst. Das Geile ist nämlich beim Üben in Mathe, dass man irgendwann diesen Aha, diesen Klickmoment hat, wo man merkt, die Aufgaben sind eigentlich vom Ding her alle gleich. Die sind zwar unterschiedlich formuliert, aber das Schema, das dahinter steckt und das hier abgefragt wird, das ist immer das Gleiche, nur anders formuliert. Und irgendwann kennt ihr halt alle Formulierungen und wisst bei jeder Aufgabe sofort, was von euch gewollt ist. Ihr könnt das ganz gut mit Sport vergleichen. Ihr macht mit Sicherheit irgendeine Sportart. Und dann wisst ihr bestimmt auch noch, als ihr mit der Sportart angefangen seid, wie schwierig das für euch war. Ich mache es jetzt mal bei mir beim Tennis, das allererste Mal einen Ball übers Netz zu bekommen. Wenn ihr das aber 10 Mal, 100 Mal, 1000 Mal geübt habt, dann ist es irgendwann kein Problem mehr. Und dann ist das die einfachste Sache der Welt, obwohl es am Anfang super schwierig war. Und genau das Gleiche ist es auch in Mathe. Am Anfang sind die Aufgaben manchmal ziemlich schwierig für euch. Wenn ihr die aber 10 Mal, 100 Mal, 1000 Mal, so oft müsst ihr die nicht üben, keine Sorge. Aber wenn ihr die regelmäßig und häufig übt, dann wird es irgendwann so einfach sein, wie auch bei eurer Sportart. Und Tipp Nummer 3, rechnet alte Abi-Klausuren. Ich weiß noch gut, als ich das erste Mal eine Abi-Klausur durchgerechnet habe als Übung, da bin ich nicht so gut zurecht gekommen. Nicht, weil die Inhalte an sich anders waren, die Rechenverfahren, sondern die Formulierung in den Aufgaben. Die war irgendwie anders, als ich das aus der Schule kannte. Man gewöhnt sich aber auch da sehr schnell daran, wenn man einmal checkt, wie diese Aufgaben gestellt werden. Das wird nämlich dann auch immer gleich sein. Und wenn ihr da übt mit allen Abi-Klausuren, dann seid ihr perfekt auf das vorbereitet, was in eurer Abi-Prüfung auch drankommen kann. Und ihr wisst sofort, was mit welcher Formulierung von euch gewollt ist. Und das Geile dabei ist auch, dass ihr merkt, dass bestimmte Aufgabentypen immer wieder im Abi abgefragt werden. Und auf die könnt ihr dann beim Lernen besonderen Fokus legen, damit ihr da ganz sicher seid und jede Menge Punkte in eurer Klausur sammeln werdet. Und beim Aufnehmen ist mir jetzt noch ein Extra-Tipp für euch eingefallen. Eure Einstellung. Ich habe das in meinem Abi von super vielen gehört und hatte anfangs auch kurz diese Einstellung, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt fast zwei Jahre lang in meinem Abi alles dafür getan, um eine gute Mode zu sammeln. Und jetzt kommen so ein paar Abi-Klausuren, die auf einmal ein Drittel meiner Note ausmachen. Und ich fand es total unfair. Aber das ist einfach die falsche Sichtweise darauf. Man muss das so sehen. Ihr habt jetzt die Chance, indem ihr ein paar Wochen, mehr nicht, alles gebt und euch richtig geil auf die Prüfung vorbereitet, dass ihr mit nur ein paar Prüfungen einen so großen Unterschied bei eurem Abi machen könnt und eure Abinote so weit nach oben ziehen könnt. Also gebt in den nächsten Wochen wirklich alles beim Lernen. Ich weiß, ihr kriegt das hin. Und dann nach nur ein paar Wochen habt ihr eure Klausuren durch, habt super Noten geschrieben und ihr werdet euch dann bei der Studienauswahl bei euch selbst bedanken, dass ihr durchgezogen habt. Falls ihr noch konkrete Unterstützung bei Mathe-Inhalten braucht, dann schaut mal bei unserer Website vorbei. Da findet ihr Nachhilfe, wo ihr einen Experten an eurer Hand habt, mit dem ihr alle offenen Fragen klären könnt, der euch Tipps für euer Abi geben kann, genauso wie ich das gerade gemacht habe und der euch dabei hilft, dass ihr eine richtig gute Note in eurem Abi haben werdet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Abi und denkt bitte immer daran, Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen. Wir wollen es beweisen.